Hey, schön, dass du reinschaust und herzlich willkommen oder wie der Berliner sagt, guten Tag. Auf diesem Kanal dreht sich alles um das Telefonsystem MyTel MyVoiceOffice 400. Heute geht es um einen Funktionsüberblick der MyTel One Smartphone App. Nachdem du dich erfolgreich bei der MyTel One App angemeldet hast, landest du auf der Startseite. Im oberen Bereich gelangst du zu den Einstellungen von MyTel One. Hier kannst du dein Profilbild und dein Profilnamen, deinen Status und deine Präsenz und deine Telefoneinstellungen anpassen. Im unteren Bereich gelangst du zur Online-Hilfe. Hier findest du weitere nützliche Tipps zu MyTel One. Direkt darunter kannst du deine Favoriten verwalten. Unterhalb der Favoriten findest du die Telefonfunktion. Hier kannst du direkt eine Telefonnummer wählen. Darunter findest du deine entgangenen Anrufe und kannst mit einem Klick in deine Anruflisten wechseln. Als nächstes findest du eine Liste deiner letzten Nachrichten. Klicke hier, um direkt in deine Nachrichtenübersicht zu wechseln. Dies öffnet das Nachrichtenmenü, in dem alle Streams und Nachrichten, die du erhalten hast, in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden. Unter deinen Nachrichten findest du Funktionstasten, über die du von dir vorkonfigurierte Aktionen auf deinem Telefonsystem ausführen kannst. Ganz unten findest du die Navigation der App. Mit einem Tipp auf das Haus-Symbol gelangst du immer wieder zurück zur Startseite. Mit einem Klick auf das Telefonsymbol gelangst du zu deinen Anruflisten und kannst über das Wählpad einen Anruf tätigen. Über das Nachrichten-Symbol gelangst du zu deinen Chats. Über das Kamera-Symbol kannst du ein Meeting starten. Das letzte Symbol öffnet das Kontakte-Menü, das dir Zugang zu allen geschäftlichen und persönlichen Kontakten bietet. Wie du die einzelnen Funktionen im Detail bedienst, erklären wir dir in unseren nächsten Videos. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und einen schönen Tag für dich. Lass deinen Daumen da und abonniere uns, um unsere neuesten Videos nicht zu verpassen. Benutze den Teilen-Button unter dem Video, damit auch deine Kollegen alles über MyTelOne erfahren. Vielen Dank. Vielen Dank.